Es gibt jetzt einfach eine Handyhülle, in die ihr euer Lipgloss reinstecken könnt. Wie cool ist das? Schaut mal, was bei mir angekommen ist. Nicht nur eine Handyhülle, sondern zwei. Und ein paar Lip Tints. Und ganz zufällig ist auch mein neues Handy angekommen. Wir müssen uns direkt die Hülle anschauen. Die ist aus Silikon. So sieht sie seitlich aus. Das habe ich bis jetzt bei keinem gesehen. Die hat hier einen kleinen Booty. Dazu habe ich vier verschiedene Rode Lip Tints geholt. Wir machen die jetzt alle mal nach der Reihe rein. Das sieht so schön aus. Ich frage mich aber, ob hier auch andere Lippenstifte reinpassen. Ah, love it. Und ich habe die Hülle ja ein zweites Mal geholt. Und diesen Lip Tint noch einmal. Für jemanden von euch, jemanden aus meiner Community. Alles, was ihr dafür machen müsst, um diese Hülle zu bekommen, ist mir zu folgen und in meine Story zu schauen. Ich liebe es euch zu beschenken.